Um mich darüber zu informieren, wie viel Platz denn auf mein Dateisystem noch frei ist und wie viel schon belegt ist, klicke ich auf System, Administration und klicke auf Systemüberwachung. Und ich gehe zum Reiter Dateisysteme. Oder ich klicke auf Anwendung, Zubehör, klicke auf Terminal und gebe den Befehl df-enter ein. Um eine besser erfassbare Anzeige erscheinen zu lassen, gibt es die Option "-h". Die Option "-t", zeigt zusätzlich die Typen der Dateisysteme an. Hilfe erscheint nach der Option "-help". Um die Ausgabe des Befehls df in einem Fenster erscheinen zu lassen, gehe ich wie folgt vor. Ich klicke gleichzeitig die Tasten Alt und F2 und gebe jetzt ein Z, E, N, I, T, Y, Leerzeichen, Minus, Minus, Info, Leerzeichen, Minus, Minus, Text, Leerzeichen, Anführungszeichen, Dollarzeichen, Klammer auf, jetzt kommt der Befehl, df, Leerzeichen, Minus, H, Klammer zu, Anführungszeichen. Und jetzt klicke ich auf den Button Ausführen. ... Vielen Dank.